Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind wieder vor der Haustür unterwegs eigentlich, aber haben richtig Glück. Also ich meine, die beiden haben auch recherchiert, aber auf jeden Fall sind wir durch den Nebel durchgebrochen. Zwischenzeitlich sah es mal nicht ganz so aus. Wir haben euch aber auch die Auffahrt ein bisschen mitgenommen. Könnt ihr euch anschauen, was wir schon durchlitten haben. Die Petra hat es ja relativ ernst genommen und hat sie gleich nach der zweiten Gruppe schon die Jacken erzogen. Sie ist da mit einem kurzen Leib im Nehweg gewesen, wo es ausgeschrieben hat. Also ich habe gedacht, war sehr mutig. Bei uns schaut das wie beim Meer eigentlich. Man meint, man kann Däuche hupfen, kann man ja auch. Tiefen Dachen. Ja, schneller Abstieg. Und da ist es ja richtig warm, Gott sei Dank. Und kein Wind. Wir haben schon Angst gehabt, dass der Wind den Nebel auf verschiebt. Ja, für uns sind es jetzt noch so 300 Höhenmeter, schätze ich. Ja, 300, 400, muss man sein. Ja, wie ihr seht, ist alles ordentlich angefroren hier noch unterm Nebel. Und jetzt bin ich dann auch schon gespannt, ob es oben schon so richtig warm ist. Ausgeschaut hat es auf jeden Fall gut auf der Webcam. Wir haben ja schon letztes Mal besprochen, den Christbaum. Aber diesmal passt es noch besser, weil hier unten noch alles im Nebel ist und dementsprechend eben angefroren. Und heute ist sogar die große Kamera mit am Start. Und auch für allen, denen das Video ein bisschen bekannt vorkommt, es ist zwar ein Berg, den wir erst vor kurzem schon gemacht haben, aber zum einen ist diesmal die Vicky von Anfang an mit dabei. Und zum anderen sind wir noch mal mit anderen Kameras unterwegs. Also schaut mal, was wir so zaubern können. Leicht nebelig, gell? Ja, seht ihr das? Noch ist es nebelig, aber schon viel blauer es wird. So, bei uns wird wieder fotografiert. Aber schaut euch mal an, wie das aussieht. Wie da oben jetzt die Sonne rein scheinen, weil alles noch so richtig reifig ist. Ja, da seht ihr jetzt, wie der Nebel drin hängt. Aber wir haben Glück. Wir sind tatsächlich drüber. Und das heißt, der Gipfel ist dann auf alle Fälle über dem Nebel. Juhu! Hier rauf ist es schnell, aber es ist echt schwer. Die Vicky ist schon so gut wie da. Die schiebt gerade noch die letzten Meter zum Kreuz hoch. Jetzt kommt sie gerade. Ja, das ist echt ein cooler Gipfel. Ja, wir sind am Gipfel oben und bei uns ist jetzt wieder Jausenzeit angebrochen. Käse, Wurst und Brezen. Was hast du heute nicht? Käse, Wurst und der Brezen. Also Käsewurst. Nein, ich mach es so wie es ist. Was gibt es bei euch? Rügenwalder Mettwurst. Mega. Und das genießen wir während dieser erträglichen Aussicht. Ja, ich mach es so. Wie steht denn das? Nei, ich mach es so. Wir sind alle Licht und all byli. Ja, ich mach es so. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 I lost touch when I was in my head Drifted apart from you and myself I still think about it every now and then Are you still the same or are you someone else? I'll be here although I'm broken It's just a way to forget it all In my head you're still an ocean And I'll still keep it if I fall Yeah when I fall I'm wearing you out I'm wearing you out Voices come back Don't leave me by myself I'm wearing you out All my thoughts in whirling motion You were there to take it all You poured it out into the ocean Cause you can't keep it when I fall Yeah when I fall I'm wearing you out I'm wearing you out Voices come back Don't leave me by myself I'm wearing you out Can you hear the words I'm saying? Can you read the thoughts I'm thinking? I'm not looking for your consolation Just wanna know I'm not mistaken I'm calling for you Calling for you Reaching out to know if it's true I'm calling for you Yearning for you Reaching out to hold you down Hold you down Hold you down Hold you down You got it? You got it? You got it? You got it? I started my camera I got it You got it? I don't need another explanation What's wrong? What the hell? What? Das sieht nur schlimm aus. Die andere Richtung ist schon schlimm. Drei wasser, Drei die Flasche anspannen. Drei, Drei. Drei, Drei. 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 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 Der Nebel hat uns zurück Aber auch schon tut es hier schon wirklich episch mit den gefrorenen Bäumen und ja, es schneit jetzt auch ganz leicht schon irre Vicky kontrolliert gerade, was sie so fabriziert hat und bist du zufrieden? Ja, ich schon Was soll ich dazu sagen? Das fragen wir gleich Gebtkontrolle Hüffinger, so wärst du niedriger Wie willst du von mir? Guck dir Hüff Das ist schon geil aus Super Ich sehe es dann auf die Social Media Plattformen Ja genau Dank Vicky habe ich immer einen perfekten Fotografen dabei und Dank Halina eine perfekte Filmerin Vermutlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt uns auch auf Instagram, Facebook, TikTok und wo sind wir noch überall? Youtube Ja, Youtube folgen wir uns ja wahrscheinlich schon Wir müssen noch Pornhaber noch Ah ja, und Podcast Ja, ich folge Ich kenn's ja nicht Vicky macht Podcast Du machst die Porncast Aber Martins Porncast Links gibt's nicht Nein, wir haben dann wieder eine Zensur bekommen Wir haben dann wieder eine Zensur bekommen Wir haben Termin Einen Immer auf die Wir haben Drei Drei Das ist jetzt spannend. Ja kurze Transferstrecke für uns, was werden es sein, 200 Höhenmeter in Summe? Und dann geht es in den nächsten Trail. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020